Dieser Tage wurde in der Landesausstellung eine neue, bisher nur selten gezeigte Seite im kostbaren ottonischen Evangelium von St. Gereon aufgeschlagen. Die Prachthandschrift aus dem historischen Archiv der Stadt Köln zählt zu den bedeutendsten Leihgaben der Schau. Diese wurde beim Archiveinsturz 2009 schwer beschädigt. Sie konnte eigens für die Landesausstellung restauriert werden. Die Mittel dazu kamen von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Stadtsparkasse Magdeburg. Die neu aufgeschlagene, kunstvoll gestaltete Seite zeigt den Anfang des Johannesevangeliums. Die goldenen, reich ornamentierten Anfangsbuchstaben des Textes sowie ein goldenes Medaillon mit dem Bildnis Christi füllen das Mittelfeld der Prachtseite. Als weitere figürliche Darstellung sind die vier Evangelistensymbole Mensch, Adler, Stier und Löwe zu sehen. Die Schrift entstand vermutlich nach 984 im Benediktinerkloster St. Pantaleon in Köln, dem Bestattungsort der Kaiserin Theophanou.